Gleich sind wir hier raus, Kumpel. Na, noch sind wir am Leben. Noch. Hier sind noch mehr Viecher. Ja, lecker. Wie lange geht das denn noch? Also, meine sehr abwechslungsreiche Sequenz, muss ich sagen. Fuck, jetzt komme ich an denen vorbei. Ah, 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 ah. Okay. Einfach langsam gehen, dann dürfen die Angen hinterher kommen. Na? Sieht gut aus. Ich komme ja mal... War die... Ich wollte doch sagen. Okay, hier hoch. Das Riesenteil? Wow! Was zum Ende ist explodiert? Oh, fuck. Ich habe mich bewegt. Nein! Das Viech guckt mich an, ich bewegt mich. Ich bin so weit gekommen. Ah! Ich habe jetzt ein bisschen verwirrt, weil da irgendwas explodiert ist vor mir. Okay, ganz ruhig. So viel Weg haben wir nicht verloren. Ich glaube, wenn die Viecher richtig heftig leuchten, sind die ultra verdächtig auf irgendwas. Wir müssen wirklich so eine Abkürzung nehmen. Einfach da hochspringen und nichts gut. Wenn man langsam geht, dann geht es eigentlich. Ich muss für Sicherheit aber auch mal stehen bleiben. Ja, das Viech leuchtet ziemlich heftig. Naja, du kannst mich nicht riechen. Du kannst mich gar nicht wahrnehmen ohne deine scheiß Geräusche. Okay. Aufpassen. Irgendwo Scheiß ist explodiert. Wow! Ich glaube, das Viech ist mir von unten hinterher gerannt. Wir leben aber noch. Das ist die Hauptsache. Da kommt noch eins. Einfach stehen bleiben. Hier müssen wir von unten gefolgt sein. Creepy, die Viecher. Ich will keinen Alien-Einlauf bekommen. Schön, dass man die antapseln hört. Das ist echt viel wert. Schon auf dem Weg. Okay, suchen sie einen Aufzug. Guck, ob hier Zeug rumliegt. Aber irgendwie ja nö. Hinter mir ist ein Viech. Hab ich. Oh mein Gott, das Viech ballert, glaube ich, voll gegen die Tür. Jetzt müssen wir es schnell machen. What the hell? Wie? Äh? Ich hab die Tür zugemacht und bin sofort das Teil aufschneiden gegangen und ich werd trotzdem gekillt. Merkwürdig. Das war schon ziemlich schnell, eigentlich. Hm. Egal. Muss die Tür hinter mir versiegeln. Vielleicht... ... ... ... schließen. Ah ja, sag ich doch. Okay. Ich wusste, ich hab was vergessen. Schnell aufschneiden. Oh, schneller. Das Viech ist direkt hinter uns. Komm schon. Scheiß, Alienviech. Hier lang, hier lang, hier lang, hier lang. Ich hab die Tür hinter mir nicht versiegelt. Komm schon. Okay. Boah. Das sollte mir erstmal Zeit verschaffen. Trotzdem sollte ich nicht hier stehen bleiben. Ich bin im Aufzugsraum. Los gehen wir, Mann! Das will ich mir nicht zweimal sagen. Das wie hämmern, schon voll gegen die Tür. Aber wir sind weg. Na komm. Ah, da geht's weiter. Okay. Toll. Ach so, das Alien hat uns die Waffe abgenommen, in einen Sack getan und einfach dahingestellt. Okay. Ist klar. Jetzt können wir dem Viech mal ordentlich ins Gesicht schießen. Weil da und Reed warten auf uns. Warum ist hier der Raum? Aha. Deswegen. Hansons Pulsgewehr. Das werde ich, denke ich, erstmal benutzen. Fuck, ey. Das ist Wahnsinn. Atmosphäre kommt hier definitiv schon auf. Schon ziemlich cool. Aha. Ich warte ein bisschen näher, komm. Vielleicht ist Hatsons Pulsgewehr ein bisschen stärker. Schieß nur in Salven. Oho, Euler zerplatzt. Oho, Euler zerplatzt. Yeah. Das wird mit uns ein bisschen Rüstung. Nicht so verkehrt. Oh mein Gott, wie viele. Geht mir mal in den Shotgun. Keine Zeit für so ein Mist. Wie, ich hab meine Shotgun nicht equipped. Komm schon, sekundär. Top Gun. Yeah. Jetzt geht das mal ab. Alien, alien, alien. Kommt da, ey, Viecher. Viel zu häppig, Aliens. Um zu lieben. Yeah. Geh doch weg von mir. Du nur hier. Da liegt noch was drin. So sieht es aus. Hurra. Genau. Wie so Spinnen. Erst in Kokon, dann lecker essen. Oh Gott, da wurde irgendwas weggeschleift. Wie schnell hinterher. Vielleicht isst sie das. Oder er. Oder es. Oh Gott, die hauen ab. Irgendwas ist hier nicht so richtig. Nee, die hauen wirklich ab. Wahnsinn. Nichts, 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 nichts. Schauen wir mal, wo wir hier durch können. Okay, hier ist irgendwie... ...gar nichts so wirklich. Da oben komme ich nicht hoch. Dann gehen wir mal die andere Seite. Schauen wir mal, was da ist. Ich komme gar nicht auf die andere Seite, oder? Äh, nicht wirklich. Hä? Wollen wir mich hier verarschen? Äh. Wir Ellen sind auch vor uns geflüchtet. Irgendwas stimmt hier nicht. Also hier kommen wir nicht rüber. Und hier geht's gerade auch so nicht weiter. Was zum... Ich bin blind. KI, die macht nichts. Gehen wir zurück? Oh, irgendwie dumm. Das Areal ist riesig. Ha, da liegt noch was cool. Wir müssen sich mal so ein bisschen umschukucken. Da ist auch noch was. Oder? Nope. Dachte. Sonst ist hier aber nichts. Voll, voll, voll. Alles voll. Oben leuchtet was blau. Aber ich denke nicht, dass wir da hin müssen. Okay. Wahnsinn. Okay, wo ist der richtige Weg? Die stehen ja alle wie angewurzelt. Und dahinten ist eine Sackgasse. Oh, da liegt die auf dem Boden. Oh mein Gott. Danke. Ich hab' ja gar nicht gesehen. Okay, zum Funkturm. Hab' ich schon gewundert, ey. Enden sind nicht umsonst geflüchtet. Aber ihr merkt, dass wir hier sind. Mal ohne Mist. Ich hab die da gar nicht liegen gesehen. Die KI hat doch nichts gesagt. Hey, da ist die. Wurde nur reingeschleift. Was soll ich sonst wo sein können. Wie konnte ich die übersehen? Mal ohne Mist. Ich hab' das nicht gesehen. Bin hier gerade ausgelaufen und voll an der vorbei. Okay. Das dürfte es eigentlich gewesen sein. Danke. Ich weiß gar nicht was. Danke. Okay. Okay. Hilf mir hoch. Hilf mir hoch. Oh, komm schon. Ich will da auch hoch. Mein Gott, die lassen einen auch nix machen. Doch, du. Du musst kochen. Okay. Kontrollierte Schüsse. Jeder Schuss ein Treffer. Oh, die braucht fünf Jahre dafür. Oh, yeah. Oh, yeah, 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 yeah. Boah, von der Seite. Immer so viel Aliens auf einmal. Einen Schuss nur noch. Oh, das war's leider. Oh, ich komm selbst hier nicht hoch. Ey, ein Viech. Boah, der Hammer, wie viele hier kommen. Oh, oh. Irgendwas riesiges kommt. Boah, da ist das Viech. Das ist gigantisch. Ich glaub, Kugel können nicht wirklich was annahmen. 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 Vielen Dank.